und weiter geht's würde ich mal sagen ab ist der Gehalt aber ich versuch trotzdem dem Kampf aus dem Weg zu gehen weil ihr wisst ja, wir nicht kämpfen und so Zeit sparen so schon wieder vergessen, ich wollte mich hier rap auch noch mal wieder so ein Stab hier gehen lassen wir der Stab ist ja doch, äh dieses Ding ist ja doch nicht so gut oh die hab ich nicht gesehen ja gut, wieder hinterher, klasse klasse aber die sind ja eh nicht so gut wenn wir mit Zapp alle macht, dann sind die tot und dann sind die totale Stab ist der Wunder damit, ne Zapp alle ist schon schlecht, muss ich sagen macht Schaden Alright, wir gewonnen! Ok So, ich wollte euch doch kurz gucken, da ist nichts gut Denn, wir werden da So Hier haben wir Geld Ähm Ja Ähm 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 Darf aber wohl drunter Ähm Ich wusste, dass das passiert Ich war mir so sicher, dass da unten irgendwas ist Aber gut, die gehen ja noch Na, ob der nun angreift oder nicht, das ist so Wumpe Kann eh nichts Hier Alle Feinde ohne Verteidigung Das müssen wir jetzt nehmen Lachen WPC WPC Wir haben die Der WPC 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 Oh Wind, twist like a tornado! Oh, no! 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 Oh, Wind, twist like a tornado! Oh, no! He, not bad, eh? er gibt Kürger Lerl jetzt um genau und dem Wasserfall um Oh Gott muss rein dauerlich hoch Oh Gott Hilfe, nein, nein, ich wollte doch die anderen Berühren Oh, es sind viel zu viele Gegner, Mann In so einem Gebiet kann ich eigentlich immer die ganze Karte tot machen, ohne dass ich aufnehme Also halt so leveln quasi, aber Doch nicht wenig Egal Machen wir auch mal so schnell tot Mit einer Flammen-Schoss-Kombo Ja, das braucht ein bisschen länger für die Kombo Jetzt kommt es gleich auch mal Die armen Gegner Die fallen jetzt ab Lachen nur drüber, ey So Ja, voll gut und so Ja, rennen wir einfach mal schnell hier weiter Oh Was auch immer das ist Verteidigungsfrucht Ich glaube, ich sollte mal wieder alle hier ein bisschen benutzen Und so, aber Wer Interhalt, wer Ey, ich habe die auch berührt Ah, gut, okay Voll krass Hat die auch Sub-Alle oder so Ah, das ist ja zu wertvoll Oh, Wind, twist like a tornado Super ist das schon Und die Windstufe wurde wieder erhöht Alter, Stufe 2 hat er immer noch Mach ich heuler Na, aber ich wollte die gar nicht machen Weil ich wäre zu schnell Alter, ich war, ich wäre zu schnell Ich würde eigentlich Heulerschlag machen Oh, Greedo Mann Ganz ehrlich, mein Greedo Du kannst echt gar nichts Ah, er dürfte aber trotzdem tot sein jetzt Wer die Power auf Eis fühlt Der ist tot Wie ich es erwartet habe Oh, Gott, wie viel, Mann Was ist hier denn los? Was ist das für eine kranke Gegend? Alter, Hilfe Hilfe Oh Brot für die Welt So, ohne Scheiße Jetzt habe ich voll verlaufen Egal Ich werde es schon irgendwie hinkriegen Oh, ich habe es hingekriegt Justin, du hast es geschafft Ja, jetzt können wir da hin Es ist kein Traum Wir müssen jetzt zur Brücke nach Allend Wirf die Medaille in den Bronn Genau das werde ich tun Und Wups Blub Ich habe fertig jetzt Du bist dran, Justin Mache deinen Weg Hä, was meinst du, Greedo? Kommst du nicht mit uns? Justin, was habe ich dir damit gesagt? Ich sag dir, jeder hat einen Platz, eine Rolle in dieser Welt Verstehst du? Jeder, eh? Ich habe mich, ich habe meine Bestimmung Ich habe, ich habe meine Bestimmung Das kann nur ich, kapisch? Gilt auch für dich, Kampad Äh, französisch? Das wird nennen Du, du, keine Angst, ey Du verstehst, wenn du Ellen bist Du findest deine Bestimmung Meine Bestimmung? Okay, ciao Ich gehe, Justin, Fina Kapino, Rapino Größte Lüte von mir, ey Geht in Ordnung, Guido Bis bald Irgendwie rede Guido auf einmal anders Was mit Ich und Französisch und so Und Aber auch nur mit diesem Dialog Davor hat er es nicht gemacht Das ist irgendwie Oder was hat Justin früher mal gesagt? Irgendwas hat Justin früher auch mal gesagt Damals beim Schiff noch Was er auch nicht mehr gesagt hat jetzt Es ist so, als ob Das Spiel von anderen Also das ist das Spiel Von gewissen Okay, ich gucke erst mal Unglaublich Wir steigen durch die Wolken Deutsches Zinkro Äh, von hier aus fällt man schnell runter Nicht Sie, Justin? Das hört sich voll albern an Oh ne Scheiß Das ist Alent Alent Alle Antworten liegen dort Alter, der hört sich da schlecht an, Mann Darauf gibt's doch Fund Oh Gott, das war ein Scheiß-Insider Oh, wieso habe ich das gesagt? Ich bin echt verrückt, oh mein Bin echt voll durchgeknallt Ne, was ich noch sagen wollte Ähm Zu den Dialogen Das kommt mir so vor Als ob Ja, warte doch Ich will kurz was sagen Äh, als ob der Dialog Immer von anderen Leuten gemacht wurde Eben, also Greedo hat die ganze Zeit so normal geredet Und auf einmal kommt so ein Dialog Mit ich Und Französisch Und Und so, ne Das ist voll komisch Und Justin hat auf dem Schiff Damals auch irgendwas mal gesagt Ich weiß nicht mehr, was das war Müsste ich mal nachgucken Auf jeden Fall hat Justin immer was gesagt auf dem Schiff Was voll nervig war Aber was er dann später nicht mehr gesagt hat auf einmal Na, egal Das ist also Alent Ich Ich habe es geschafft Fina, Rap Einfach unglaublich Wir sind wirklich hier Du hast es geschafft, Justin Echt voll cool, Jess Okay Na, dann mal los Dieter wartet bestimmt Dieter wartet bestimmt Dieter ist bestimmt ganz traurig Wenn wir uns bald kommen Was ist das für ein Schei Oh Brauche ich überhaupt noch mal nachher? Hab doch alles Was ist das, ey? Okay, jetzt mal hier Klasse Klasse Sache Muss ich schon sagen So ein Teufelskreis, ne? Ist schon Gut, dann landen wir mal hier Oh, das sieht ein Endgegner aus Speichere ich doch gleich mal ab Das sieht ein Endgegner aus Oh, näher, oder? Kann ich vorbeilaufen? Scheiße Scheiße Oh, Mann Der nimmt da wieder den ganzen Part ein Hydra Alter Habe ich gegen das nicht schon mal gekämpft? Irgendwie kommt mir so bekannt vor So, dann wird es mal Zeit für Sepp, Drachen Drachen, Sepp Oh, Lightning, streng die Enemies! Hydra ist ja auch irgendwie so eine Art Drache, ne? So ein Wasserdrachen Ich glaube Kann man als Drachen zählen Alle tot? Ja, fast! Hat auf jeden Fall schon mal ordentlich Wumms Verstärkt Angriffskraft Machen wir mal auf Justin Und Justin Versteck den Angriff Versteckten Angriff und die Stärkste Attacke So, versteckte Angriff und die Stärkste Attacke Ach, wir sind doch zu dritt? Stimmt. Egal. Wir waren die ganze Zeit schon zu dritt. Ja, come on. Tchö. Der erste Kopf ist schon gefallen. Oh Gott. Junge, war's gut. Aufstehen, Leute. Kampfs noch nicht zu Ende. So, was haben wir denn hier noch? Mach ich. Okay. Du warst der zweite Kopf? Nee. Oh, nicht vergiften. Oh, nicht vergifte. Doppelgänger. Was haben wir denn hier noch? Oh, nicht vergiften. Oh, nicht vergiften. Bergkopf. Hydra an sich. Blitzkopf. Der Bergkopf, den mach ich mir Justin tot. Hitzkopf, ja. Der Justin macht eh genug Schaden mit Drachen, denke ich. Passt schon. Hau ich voll kaputt, ey. Weiter geht's. Okay. Och, weg. So, dann machen wir mal eine kurze Pause, indem wir Allheil 2 machen. Weil ich will ja nicht doch irgendwie sterben hier, ne? So. Dann geht's weiter mit Sepp Alle. Alter, der stirbt richtig schnell. Geht da doch nicht der ganze Pate rum. So, mit Sepp-Peitsche. Damit geht der andere Kopf auch weg. Was? Was ist das denn? Wie? Das verstehe ich nicht. Egal. Ach, kaputt. Naja. Meinetwegen. Der war voll einfach. So wenig Erfahrung. Das mach ich diesmal ernst und nicht mal ironisch. Ich hätte mindestens 100 Millionen erwartet. Toll. Items brauche ich nicht, Mann. Scheiß Items. Äh, ich komme hier nicht weg. Achso. Mach ich einfach alle Hallen. Zwei sind auch alle voll. So. Dann, das war der Boss. Ähm, Zeit hab ich, glaub ich, noch. Ähm. Geht's einfach mal weiter. Hier, so, ne? Oh, ist ja voll Technik. Voll Technik. Gibt's hier auch Technik? Nee, hier gibt's keine Technik. Hier gibt's keine Technik. Voll Professionell, ey. Voll Zukunft. Allend ist voll die Zukunft. Ich wohne auch in Allend. Oh, die wachen gleich auf. Die wachen gleich auf. Hilfe. Geil. Ach, nicht schon wieder der. Oh. Oh Gott, Alter. Was? Ah, Leute. Mann, dieses Rindvieh nervt mich einfach nur. Mann, das hat mich schon in der normalen Welt genervt. Das kommt ja in dieser Zyklopenwelt. Man will Rache nehmen. Hey, hey. Du hast mich getötet. Ich will Rache nehmen. Ich bin der Besser als du. Ich will Rache nehmen. Ich bin scheiße. Gott, Alter. Ich mach einfach das Gleiche nochmal. Dann wird er sterben, ey. Gott. So, er wird schon sterben. Ich sag's euch. Kriegt richtig einer rein? Kenne ich keinen Spaß. Ich hasse ihn. So, One-Hit-Tot. Komm. Wär auch zu schön. Mach ihn tot, Mann. Ich mag ihn nicht. Kann auch Deutsch, ey. Mach ihn tot, Mann. Machen wir auf, Justin. Justin braucht den Angriff immer irgendwie bestimmt. So, dann kommt die Zweite. Hä? Wieso geht das nicht? Es ging vorher doch auch. Na, dann mach ich halt, ähm... Eis oder Lotus ist besser. Mach ich den normalen. Äh, ich mach Feuer. Axt, 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 axt. Mach mal den kaputt. Burn, Baby, burn! Puh. So, und dann... Die Zapp-Peitsche. Und Rapp-Doppelgänger. Ja, Rapp macht ihn dann fast tot. Und Justin macht ihn dann tot. Da hat er dich eine Attacke gemacht. Wie es sein sollte. Ähm... Wie viel hat der noch? Fünf Hunde. Ähm... Tch, ein Feind wird euch einfrieren. Dümmer. Der ist doch schon dumm. Tch, ein Feind ist doch nicht so dumm. Tch, komm, was soll ich machen? Normale Kombi, ich weiß nicht, ist auch nicht so doll, ne? Mach ich einfach. Egal. Dann macht Fina ihn halt tot, ist auch nicht schlimm. Okay. Ja, das war schön. Liegt da ein Schwert? Ne Gott-Peitsche. Da muss ich kurz... Da muss ich kurz mal gucken. Das ist... Oh Gott. Nein, nicht Justin. Wieso kann ich die Gott-Peitsche nicht benutzen? Ich will die nicht weglegen, Mann. Oh Gott. Wieso geht denn das nicht? Ja gut, die kann man nicht benutzen, ne? Weil die muss man ausrüsten. Ey, ist doch nicht euer Witz jetzt hier, oder? Ich kann die doch nicht... Ich kann die nie... Hallo? Inventar weglegen. Ah. Ah, genau. Komm, hier mach ich nämlich hier Erde, Arm weg hier. Ah, klasse. Ah, klasse. Ich muss nicht weglegen, ich muss das Ding machen. Ich renne zurück zum Schweizerpunkt. Heilen und so. Und dann lege ich noch kurz ein paar Sachen ab. Und dann ist der Paar doch schon wieder ein bisschen Ende und so, ne? Geht voll schnell immer, finde ich. Nee. Achso, doch. Ich glaube, es war alles schlechte. Es war auch schlecht. Doch, kann ich verkaufen, aber... Es ist kein Laden in der Nähe. Ich habe mal die Kette an den Angriffe zu. Das ist eigentlich, das ist bestimmt schlecht. Das ist bestimmt schlecht. Ich muss mich ein bisschen aufräumen. Götterpeitsche ist auch scheiße. Ich habe völlig den Überblick verloren. Ich habe einen Zauber. Das beste Schwert war das Lee-Schwert. Und der Töppelmach. Die Sichtel kann auch weg. Oder die Sichtel kann auch weg. Ja, gut, die Sichtel kann auch weg. Also, die Sichtel weg. Die Sichtel weg. Die Sichtel pack ich auch erst mal weg. Und die dann später verkaufen, irgendwann. Dann mache ich benutzen. Verteidigen. Dann ja, Verteidigungsstufen ab. So geht das nicht. Zwei Verteidigungsstufen. Max TP. Alles auf Justin. Lebenskraft, Justin. Justin. Max TP. Gib ich hier mal. Meistens bekommt er bei Justin. Ich weiß auch nicht. So, dann halte ich. Dann bin ich bereit, würde ich sagen, für den nächsten Part. Ich glaube, es gibt nichts groß zu sagen. Die ersten zwei Bosse hier habe ich irgendwie vielleicht besiegt. Ich glaube, kommen noch mehr. Quasi werden die ganzen Bosse nachgeholt. Von der Story irgendwie so ein bisschen der Kick. Aber ich glaube, die sind alle gerecht einfach jetzt. Naja, gut. Bis zum nächsten Part, würde ich sagen. Gebt Ben. Tschüss.